Servus und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Drei-Stein-Hof einen wunderschönen guten Tag wünsche. In der letzten Folge haben wir ja den Rest schon angesät und jo jetzt habe ich schon vorgespult und jetzt können wir dann schon anfangen zu ernten. Dann schnappen wir uns einmal den Drescher oder sind die jetzt schon beide fertig? Jo, den Ball ist schon fertig, das passt genau. Dann holen wir einmal den Drescher aus und dann geht es los mit der Ernte. Dann fahren wir einmal zum Feld. Und dann holen wir einmal die Soja-Bahnen, die wir angesehen haben auf den beiden Feldern. Jo. Soja-Bahnen Wir haben ein bisschen Radio angemacht und jetzt können wir dann weiter dreschen. Jetzt haben wir zu spät eingeschlagen. Soja-Bahnen 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 Dann können wir weitermachen mit Dreschen. Oh. Jo. So. So. Mö. So. So. und jetzt legen wir uns mit rechts Schauen wir mal wieviel da links rüberkommt zu Japone So stellen wir mal einen Hälfer ein das ist F7 zack und das passt daneben gehen wir den links holen den Abfahrer der steht da und dann machen wir das so das lassen wir einmal da stehen also hast du jetzt gerade warum fährst du da weiter ah ja wir haben den vorliegen falsch eingestellt das tut mir jetzt leid wo ist sein Anfangspunkt so so warum fährst du jetzt in die falsche Richtung Kollege ach nichts hören wir ihn da noch einmal ein an so du machst du auch weiter so du hast du in 15 minuten fertig mit dem Feld und jetzt schauen wir was als nächstes das Feld benötigt mal schnell wieder mal schnell wieder so nein wo ist das der 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 noch zu holen. Äh. Ja. Passt schon. Wir sollten jetzt schon 30 Prozent. So es passt. Was geht mal alles so daneben machen? Was kurset jetzt ein Schweine? Das wird mit 200.000. Oh, leider. Äh. Ah, ja. Hm. Er fährt einfach komplett weiter. Wo wollen wir ihn? Ja. Wir werden dem Abplan anhalten. Ah, das ist mal direkt. Das ist aktiv. Wie. Wir sind. Wir geben den St. Sie. Wir werden. Wir werden. Ja. Okay. Ja. 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 So das müssen wir auch mal wieder in B-Trip nehmen, da, mit den Kollegen, so, dann passt's. So jetzt wollen wir das Feld noch schnell aufwenden. Hm, gehen wir das weiter an. Jo, der Start noch. Tabellen haben wir eigentlich. Natürlich. Warte. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Aber ich bin. Ich bin. Oh. Dann haben wir mal was die Wiese braucht, für mich. Falk, ich brauche Kalk, so dann fahren wir mit dem Kollegen da. So, wenn der jetzt Kalk drin ist, dann ist er aber schon gut. Ah, da ist er. Hey, 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 hey. Hey, wo ist das hier? Hallo? Ah, dort. Warte. Ah ja. Da ist er. Jetzt packt er. Ah, ja, fahren wir weiter. Da ist er. Da ist er. Das ist Kalk. Ah, das ist Kalk. So, dann füllen wir das einmal mit Kalk und dann fahren wir mit dem schnell aus die Wiesen. Dann kalken wir das. Und jetzt lassen wir es mal zum Händler ein frisches holen gehen. Und schau mal weiter. Oh, der geht jetzt aber ganz schön viel Kalk durch. Noch klein, ein paar Sekunden. Oh, das macht er. Das wollen wir schon. Dann müssen wir das noch stricheln. Oh. Oh. Ah ja. 100 Liter noch. Perfekt, knapp einmal rundum. Ich glaube, dass er jetzt nichts gebracht hat. Ah ja. Okay. Nix gebracht. Jo. Das macht ja auch nichts. Wenn wir es. Wenn man es halt wieder auf dem Hof haben wir halt ein paar tausend Liter Kalk umsonst ausgeben. Ah, du. Jetzt schauen wir mal kurz schnell wie das da hinten ausschaut bei dem da. Er ist bei 30%. Er ist bei 30%. Er braucht noch 5 Minuten. Er ist bei 35%. Und ja, das Rest müssen wir dann machen noch. Was braucht das Feld noch? Muss dann gedüngt wieder werden. Und ja. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt es einen netten Kommentar. Und was ihr Wünsche habt, gerne auch in die Kommentare. Und coole Mods auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.